Am 23. April 2023 wählen die Salzburgerinnen und Salzburger erneut ihre politischen Vertreter. Die gesetzeskonforme Vorbereitung der Landtagswahl liegt in der Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Wahlen und Staatsbürgerschaft. Die Durchführung einer Wahl ist jedes Mal eine sehr arbeitsintensive Aufgabe. Wir haben bereits vor ca. einem Jahr begonnen, hier uns vorzubereiten. Es ist so, dass natürlich auch die rechtlichen Grundlagen aufbereitet wurden. Jetzt kommen wir so quasi in die heiße Phase. Am 19. Jänner ist der Stichtag der Wahl. Der ist eben entscheidend für die Wahlberechtigung. Es sind die Wählerverzeichnisse zu erstellen, es sind die Wahllokale vorzubereiten und es sind auch die ganzen Mitarbeiter dementsprechend zu schulen. Elisabeth Sikora ist im Team des Referats für Wahlen im Land Salzburg Ansprechpartnerin für diese Schulungen und bereitet zurzeit die Unterlagen für die 119 Gemeinden vor. Im Augenblick ist die wichtigste Aufgabe, dass wir gerade ein Leitfaden erstellen für die Gemeinden, für den Zeitraum vor der Wahl. Wir haben da relativ viele Besprechungen und stimmen uns auch immer wieder mit anderen Bereichen ab, z.B. mit der Informatik und mit der Statistik. Nicht nur die Wahlbeisitzer, Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften müssen sich immer wieder mal auf Neues einstellen. Auch für die Wählerinnen und Wähler gibt es heuer Veränderungen. Der Stimmzettel, der bisher im Hochformat war, hat bisher nur die Parteien enthalten. Im neuen Stimmzettel ist es so, dass hier auch die Kandidaten auf Bezirksebene namentlich angeführt werden. Er ist damit mindestens doppelt so groß wie der bisherige Stimmzettel. Man hat aber jetzt erstmals die Möglichkeit, eine Vorzugstimme auf Bezirksebene und auch eine Vorzugstimme auf Landesebene zu vergeben. Bis dieser Stimmzettel aber feststeht, vergeht noch einiges an Zeit. Die politischen Parteien haben die Möglichkeit, bis 1. März einen Wahlvorschlag in der Behörde einzubringen. Diese Wahlvorschläge werden dann einer Überprüfung unterzogen und dann, wenn die Landeswahlbehörde beschließt, welche Parteien antreten dürfen, dann wird daraufhin eben der Stimmzettel erstellt, gedruckt und eben verpackt und an die Gemeinden ausgeliefert. Weitere Informationen zur Salzburger Landtagswahl 2023 gibt es immer aktuell auf salzburg.gv.at-ltw23.